Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Und wir sind jetzt hier in Portugal, sozusagen. Also soll es darstellen. Ich kenne die Wahrheit. Würdest du sie gerne hören? Natürlich. Gut, Ding will Weiler. Das ist die Weisheit. Na gut. Ey, wartet mal. Hier war ein Fehler. Erkennt die Wahrheit? Ich möchte die gerne hören. Ach, das ist die Wahrheit. Ich weiß nicht. Ich habe mich verlesen. Ich bin der Fehler. Viele sind gen Osten gereist und nie zurückgekehrt. Bitte sei vorsichtig. Königlicher Berater, was sagen sie? Willkommen. Der König ist im Moment beschäftigt, aber ich kann euch stattdessen helfen. Pick benötigt noch. Blablabla. Blablabla. Oh. Oh. Ui. Ja, wenn wir gerade mal in den Sünden speichern, können wir nochmal speichern gehen, nicht? Vielen Dank. Der Fortschritt wurde aufgezeichnet. Möchtest du die Reise fortsetzen? Natürlich. Äh. In einem Land fernöstig von hier soll es viel schwarzen Pfeffer geben. Ich bitte dich. Reise gen Osten und bring mir etwas von diesem Pfeffer. Wenn du ihn mir bringen kannst, werde ich euch als wahre Helden anerkennen und dir mein Schiff geben. Nimm diesen Brief und zeige ihn nur rund. Geil. Du findest ihn östlich von hier in einer Höhle. Er wird dich führen. Pick mit dem Brief des Königs. Geil. Wir haben soeben die Masterquests angenommen, damit die Story weitergeht. Wuhu. Da können wir doch gleich mal hier zickzack laufen. Hallo, zickzack laufen. Ja, so. Wie komme ich da jetzt an die Dinger da ran? Mann, mach Platz zu, dicker. Nimm egal. Nebelstab. Ausdauersamen. Ein Tattoo? Höhö. Höh. Wie wäre das jetzt gekostet? Außer Bugs. Item. Das hat echt Bugs gekostet. Das liegt doch am Emulator. Könnt ihr das bitte nochmal jemanden nachvollziehen und mit einem anderen Emulator? Ich möchte jetzt nicht den anderen rauskramen. Obwohl. Ich habe ja voll gespeichert. So. Muss ich mal rausgehen. Laden und dann dort reingehen. So. Beutel. Oh. Heilkraut. Benutzen. An Peek. Ah. Jetzt ist wieder alles heil an. Peek hat sich erholt. Kill Bill hat sich erholt. Wetter. Gut. Sehr nett. Alle Wetter. Das zieht ja jeden was ab, sozusagen. Der da drüber geht. Heilkraut an Mary geben. Vielen Dank. So. Ah, das war's wert. Das war's wert. Ein Nebelstab. Müssen wir gleich mal gucken, was er da eigentlich wirklich ist. Alles dauerlsamen benutzen wir auf Mary wieder. Warum auch immer. Weiß nicht, ob es was bringt. Brief des Königs. Naja. Waffe. Angriff. Abgeben an. An Mary. Bring zwei Punkte. Und wir mal hin. Für frei kann man das nehmen. Ne, schon. So, liebe Freunde. Jetzt gehen wir die Quäste mal weiter und machen, yo. Oh, hier ist auch noch einer. Hi. Viele Verliebte sitzen hier, um zu reden. Äh. Einst ist da einfach mal was weitergescrollt. Einst ist ein junges Pärchen hierher gekommen. Ich frage mich, was aus ihnen geworden ist. Notiert bitte auch, wenn der Text einfach so weiterscrollt. Also, ihr merkt das ja selber nicht, außer ich sage es. Aber wenn ich das sage, notiert das bitte mit. Das wäre echt nützlich. So. Dann wollen wir hier mal wieder ein bisschen abzischen. Portugal war schön. Spanien auch. Und das war's. Oh, ein Ritter. Oh. Ach so, über die Berge kommt man nicht drüber. Deswegen muss ich ja den Schrein nehmen. Ha. Haha. Und drei, vier, 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 vier. Oh. So. Dann wollen wir mal wieder rausgehen. Yo, yo, yo. Also haben wir jetzt den Pfeffer. Gehen dann zum König. Der König gibt uns das, äh, Boot. Und mit dem Boot können wir dann... Ey, da sind wir ja bald schon durch durch das Spiel, oder was hier. Äh, im Intro war ja auch der Fahrer mit dem Boot unterwegs. Und dann war der Intro schon fast vorbei. Naja, wir werden's ja noch erleben. Äh, wir werden's ja noch mal wieder rausgehen. Äh. So, ein bisschen runtergehen. Jetzt sind wir wieder ein Afrika. Schrägstrich Indien. Ne, in dem wäre ein bisschen was drücken. Was soll denn das dann sagen? Öh. Irgendwas. Was ganz tolles. Mit Lampatzen. Hi. Ah, jedes Mitglied. Oh, endlich Level 15. Ich hab mir nochmal durchgeguckt. Die Pyramide war die Empfehlung mit Level 17 zu machen. Ich weiß auch nicht, ob die Empfehlung von einer Gruppe von vier Mann ausgeht. Oder von einer Gruppe von einem. Man kann das Spiel ja auch ganz alleine spielen. Oh. Jungs, ernervt. Echt, ohne Mist. Magie, Pick. Heilung, mach sich selbst. Heilung. Auf, right, so. Nice, nice. Ah, da ist die Hülle. Da, Hülle. Zwergi, Zwergi, Zwerg. Komm her, du Zwerg. Wo ist er denn nur? Hallo? Doktor Zwerg. Ah, ja, hier waren wir doch. Ja, da ist er ja. Hi. Ich bin Zwerg Nuru. Du möchtest nach Osten verschwinde von hier. Hä, wer redest du mit mir? Item. Brief des Königs. Benutzen. Pick liest den Brief des Königs vor. Lieber Norut, bitte führe diese Leute durch Bahns Tunnel. Ich danke dir. Grüße, der König Portugals. Seid ihr bereit, gen Osten zu reisen? Jawohl. Nun gut, folgt mir. Ich würde gerne, aber ich kann mich nicht bewegen. Na, ist bestimmt hier runter. Untergarantie. Und da müssen wir ins Minish Cap'n. Hallo? Nee, ist er doch nicht. Ich hätte schwören können, dass der hier runtergesprungen ist. Ich habe es doch ganz genau gehört, wie es gepatchert hat. Wo ist er denn da? Hallo? 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 Wo ist er denn hin? Er ist weg. W-E-C-F-S? Hä? Folg mir, w-E-C-F-S? Wo ist er denn hin? Mai, mai, mai. Ist das jetzt hier ein Bug im Spiel? Ist jetzt hier einfach ein Event verschwunden? Gibt es doch nicht. So, nochmal hier. Oh, jetzt noch was auf Englisch. Ah, you've come back. Did you need something from me? Ja. Seid ihr bereit, genossen zu reisen? Ja. Ah, nun gut, folgt mir. Okay. Nochmal. Vielleicht wäre er da runtergegangen, sind wir auch weg. Ah, da ist er ja. Wartet einen Moment. Das hätte ich auch alleine hier konnt, du blöd Mann. Diese Geheimpassage wird euch in das östliche Land führen. Ist auch nett. Diese Geheimpassage wird euch... Bleh. See ya. So. He, he, he. Oh, ho, ho, ho. Mann, ist das eine geheime Passage. Oh, nicht mal Gegner sind hier. Die ist so geheim, dass da wirklich keine Gegner drin waren. Unglaublich. Wow. Jetzt sind wir in Neurasien sozusagen. Tja, hoch oder runter. Immer mal hoch. Neue Gegner, komm schon, neue Gegner. Oh, Wutwolke. Oh, Wutwolke. Magie. Neun. Punkt Schaden, Wahnsinn. Neun Punkt, wow. Nicht so viel. Feuerball. Oh, krass. Ineffektiv, stand da ineffektiv, wollte ich mich verarschen. Set Wolken. Kibels, Stufe 15. Sehr nice. Kibels, Wunden sind verheilt. Picks, Wunden sind verheilt. Oh, yeah. Amerika, kann man auch noch mal heilen. Komm hier. Wieder dieser Afro-Kram. So. Na, jetzt gehen wir sozusagen Richtung Russland. Ne. Hm, ab dem Plan. Da ist Mr. Shrine. Oh, ne, jetzt habe ich den Tiger. War da ein Tiger? Da habe ich den Tiger. Ursprünglich bin ich mir und blöd. Entschuldigung. Uh. Und ein bisschen Gruselitsch. Ich habe von einem Schreien in der Mitte des Sees gehört. Die Seelen der Gefangenen sind dort immer noch gefangen. Hey. Die Seelen der Gefangenen sind dort immer noch gefangen. Hm. Na gut, okay. Ich dachte, das sollte vielleicht heißen die Seelen der Gefallenen oder so. Willkommen in den Herbergen. Du musst in dieser Uhrzeit sehr müde sein. Nö. In Ordnung. Gute Reise. Ich möchte hier erst mal ein bisschen umgucken. Im Geisterschloss. Du bist jetzt nicht die passende Schlüssel. Wut? Habt ihr eine Magge? Ja. Guten Morgen. Ich wünsche dir eine Reise. Krasse Wurst. Krasse Wurst. Immer noch verschlossen. Das ist ja blöd. Hm. Okay. Müssen wir so später hin. Gehen wir jetzt weiter Richtung Süden. Wie geht es los jetzt hier? Kann doch nicht so lange dauern, einen großen Affen Geburt zu machen. So. Süden. Dipp, dipp, dipp. Wer ist der Hund? Todesschakal. Aber glaube ich sogar richtig geschrieben. Wahnsinn. Huuuuh. Wie heißt der? Krabber? Krab, krab, krabber. Krabber, du Baby. Oh ne, das sind die mit Megastark. Okay. Äh. Ne. Ne. Wenn wir gegen die jetzt wirklich keinen Sinn, sobald die einmal zum Zug gekommen sind, keine Chance. Mary, nein! Uh, uh, uh. Mary, das war aber knapp. Bitte schön. Meine Fresse, ey. Ich glaube, ich muss erst mal wieder ein bisschen leveln. Aber das passiert doch aber auch von alleine, nebenbei. Ich stelle mich nur ungern hin und grinde hier irgendwelche Gegner tot. Das ist ja auch für euch ein bisschen rennweilig. Mary, nein! Mary, du brauchst dringend 30 level-ups oder so. Hm. Oder Red muss einfach nur öfter zuhauen. Also, die Gegner sind ja echt hart geworden. Hier ist noch nirgends wo irgendwas im Weg. Oh. Höhlenhornisse. Boah, ihr wisst ja gute, blöde Hornisse, Mann. Macht ihr voll Stress. Hallo, ich möchte ja gerne mal irgendwie so, 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 so ein Abdo-Urf sehen. Zungenbär. Zungenbär. Oh, Mary. Ich will dich nicht tauschen müssen. Nein, nein, ihr müsst doch irgendwo mal ein doof sein. Verdammte Axt, noch eins. Entschuldigung. Jetzt habe ich den Gegner übersprungen. Das war mein Fehler. Na, endlich. Meine Fresse. Oh, ja, noch ein Gegner. Oh, ja. Meine Fresse, ey. Boah, voll krass. Ultra. Hey. Wo sind wir denn jetzt? Willkommen in der Stadt. Äh, Bäää. Baharatha. Welch wohl klingender Namen. Schwarzer Pfeffer? Ich glaube, der Laden nebenan verkauft. Welches? Welchen müsste er heißen? Übrigens, das ist ein Waffen- und Rüstungsladen. Ähm, übrigens, auch die Fehler, die ich mitbekomme, könnt ihr aber auch mit aufschreiben. Nur mal so nebenbei gesagt. Ein Morgenstern. Schade. Oh, hier. Oh, mit einer Riesenschere. Oh, ho. What? Und der ist in der... Allerwetter. Ach. Der ist ja mal Ultra. Oder den kriegt jetzt ja erst mal Mary. Alter, Vater. Guckt euch mal den Boost an. Nööö. So. Mal. Wir sind ja alle so um die 80 mindestens. Deswegen kriegt jetzt hier Kilbel noch den Dunkelkapper-Dingens. Kilbel. Ja, der soll es auch gleich ausrüsten. Ja. Und jetzt hier vor allem der Kraftstab, ey. Der wird tierisch reinhauen. Mary soll ihn kriegen. Boah, geil. Ja. Ja. Nein. Wir möchten jetzt verkaufen. Und zwar. Das Tattoo muss ich auch mal noch ausprobieren, du. Kurze Hose. Pack mal einfach. Verkaufen. Braucht kein Mensch, so kurze Hose. Zumindest nicht bei einem Abenteuer. Nebelstab. Nö, den behalten wir noch. Donnenpeitsche weg. Ach, ich verkauf jetzt einfach alles. Ist egal. Mantel des Meidens. Weg damit. Komm. Brauchen Kohle, ja. Äh, eine Rubinerie. Ne, den behalte ich aber tatsächlich. Weil der ist 7.350. Hallo? Das kann nur für irgendwas Besonderes sein. So. Ja. Bitte komm wieder. Hi. Willkommen im Warenland. Kann ich dir helfen? Ja. Heilkraut sind ein Heilkraut. Ein Heilkraut. Das können wir dann direkt Mary geben. Höhe. Also, jetzt decken wir uns mal richtig fett mit Heilkraut ein. Ohne Mist. Heilkraut. Beutel. Und noch weiter geht's. Heilkraut. Oh, ein Heilkraut. Ne, das geht mal wieder Mary. So, noch mehr Heilkraut. Beutel. Und jetzt noch mal Heilkraut. Nur ein Stück. Und. Beutel. Ja. Oh. So, ähm. Äh, ja. Ich sehe, der Part ist schon wieder vollkommen überzogen. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Äh, wenn es wieder heißt. Let's beta Dragon Quest 3. Der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Und. Ja, genau. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns. Wir spielen uns. Wie auch immer. Bis dahin. Macht's gut. Und tschausen.